Willkommen hier zurück, wir wollen nicht lange labern und spielen diese Spiele hier. Ich zeige euch noch, wer hier eine Pussy ist. Boah, 113. Feierabend. Was heißt hier, schwach? Das war aber nicht schwach. Hauen wir hier einen Hammer. Bitte schön. Chill, alles gut. Ich hoffe, dass wir... Ne, wir haben keinen Angriff mehr. Und nochmal hier, Feuerangriff. Gute Nacht, du Pissenelke. Schlaf gut. Wir gewinnen meistens. Da hat er recht. Nehme alles mit. Nehme alles mit. Deine feine Zuckerstange. Yummy, yummy, yummy. Okay. Foto, da kommen wir eh nicht rein. Was gibt's denn da so Schönes? Also, das ist das ungewollte Schwangensein. Ah ja. Minnie. Minnie. Bank. Hm. 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 Ah ja, okay, jetzt habe ich auch begriffen, wie wir an die Taschen kommen. Gesundheitstrank, Geld und sportliche Brille. Ist ja toll, wenn wir hier alles auf der Straße finden. Schauen wir hier mal zu Tom rein. Das glaubt David Hasselhoff. Zuhörer, Bösewicht, kaufen wir natürlich. Gut, das war's. Okay, neue Freundschaftsanfrage, das ist sehr nett. Jetzt verschwinden wir hier wieder, und zwar zack, zack. Was willst du von mir? Was ist das hier für ein Büro? Ist ja langweilig hier drin. Was ist das? Post Office, da wollten wir auch hin. Mämm, können wir in die Tasche tragen? Da liegt ja ein Paket. Das können wir leider nie mitnehmen. Ah ja, da liegt wieder so eine Tasche. Rapper Bart und Machtdrank. Das ist natürlich ganz toll. Dann holen wir uns einmal hier so gemäßt. Hier schießen wir auch mal auf die Hackfresse. Geht leider nicht. Da können wir nicht rein. Haufen Holzblätter. Du wirst niemals auflaufen, zu sehen wie das, Kind. Post Office, da gehen wir mal ganz kurz rein. Da hatten wir da auch noch so einen Quest auf. Weiße Farbe, 50er Sonnenbrille, okay. Ist das hier von mir drin? Schlüssel zur Nachrichtenredaktion. Nehmen wir natürlich mit. Muss nur noch wissen, wo die Nachrichtenredaktion ist. Geld. Mannertrank. Oh. Das ist ja mein Vibrator. Ah ja, Mrs. Sklave, das Paket. Kehre zu, Mrs. Sklave zurück. Ne, ich glaub ihr, dass das dieser ekelhafte Schmierfinken-Typ ist. Ah! Was ist das hier von der Bude? Kennen wir ja alles noch gar nicht, ne? Ne, da waren wir in der Tat noch nicht. Gell? Gesundheitstreit klein. Nehmen wir natürlich alles mit. Ist doch. Neue Freundschaft. Ist da drin. Oh! Neue Freundschaft. Bis da drin. Oh, vielleicht werden sie eine Bilder von mir in dem Artikel auch. Oh, offensichtlich will das nicht. Eine normale Brille nehmen wir natürlich mit. Wunderbar. Nehmen wir hier wieder raus. Was gibt's da links? Wir haben aber weit noch nicht alles gesehen. Bei der Bank waren wir ja schon. Da kommen wir leider nicht runter. So. Was sagen wir auch hier? Ach, das Hütchen können wir ja gar nicht umhauen. Ist natürlich sehr schade, aber die Katze können wir umhauen. Wo ist sie? Hm? Ah ja, eine Pinnband. Die verlassen wir natürlich. Was wollen wir damit? City Hall. Da ist der Priester, ne? Ja, gut. Und jetzt? Finde Jesus noch einmal. Oh nein, das gibt's doch nicht. Komm, wo pisst ich? Ja, was pfeift denn da so? Das ist ja mein Handy mit einer Nachricht. Mist. Wir speichern hier einmal. Oh ja, das ist dringend nötig. Ich mach hier grad so eine richtige Aufnahmesession. Zeig's. Zack. Arschtritt. Boah. Feuer. Marsch. Wenn man das hier auch so sagen kann. Boah. Das ist ja gar nix. Ich glaub, da müssen wir mal mit dem Hammer ran. Der wohnt den Kopf. Zack. Jetzt ist er angepisst. Hey. Boah. Boah. Okay. Eins gegen eins. Wer gewinnt? Ich bin's. Halt. Dagegen ist feuerallergisch. Das heißt vielmehr, der ist gegen feuerallergisch. Ah. Was heißt der schwach? Der ist doch tot. Gewonnen. Juhu. So. Wir sind da jetzt dran. Alles Leben. Zack. Passt. Geld. Elfenohr. Passt. Und nun haben wir da ja noch etwas. Boah. Da müssen wir glaub näher ran. Jetzt können wir uns runterballern. Nehmen wir natürlich mit. Snacket. Ist das deine Nase? Nein, das ist nicht meine Nase. City Hall. Was haben wir da nochmal gehabt? Ah ja, am Rucksack. Wir sind da jetzt dran. Geld. Nehmen wir natürlich alles mit. Da merkt man schon, dass sich so wenig Geld schon zusammen... Dingensbums. Und ordentlich Gesichtsbemalung. Vogelnest. Ist ja lustig. Und 1 Dollar auf 75. Das ist natürlich nicht lustig. Das ist schön. Das ist himmlisch. Das ist paradiesisch. So, und was ist hier mit der City Mall? Was kann man da tun? So. Monokel. Achso, ein Monokel. Jetzt verstehe ich. Monokel. Geld. 1 Dollar. Das glaubt die Direktorin. Das Obdachlosenproblem. Das hatten wir ja beinahe beseitigt. Aber wirklich nur beinahe. Verbundle alle Obdachlosen. Schon ganz schön, naja. Ich weiß nicht, ob man da schon rassistisch zu sagen kann. Aber... Entschuldige. Solange sie nicht sagt, entschuldige dich, ist ja alles gut. Wo um Himmels Willen ist denn die Schule? das hier ist das haus was ist das hier der neue erkundet park worum himmelswillen ist die schule hier gibt es ein quest die farben da waren wir ja noch gar nicht vielleicht wir gehen dahin gehen da hoch und zur farm toll ist die jetzt ach ja ich glaube die ist da wenn wir da so vorbeigehen an dem obdach ist das eigentlich schon obdachloser ach da kommen wir ja nicht hin da können wir auch nicht hoch das ist natürlich auch wobei ach natürlich ziemlich ärgerlich also da können wir uns ja nicht drucken gibt es ja gar nicht und wenn ich gerade bei einem anderen spiel aber ducken kann man sich da ja nicht dann gehen wir noch mal zu dem einen komischen typ weil wir gehen noch mal hier zur karte m wie karte m wie map haben wir hier noch was zu die waffen kehl zu karten zurück und erzähle ihm von deinem von meinem was rekrutierungs bemühungen ja okay gehen wir zu karten dann hätten wir das auch soweit abgeschlossen kartman wo bist du denn wo ist dein zu hause hier die schnellreise die gibt es ja gar nicht oder wie natürlich sehr ärgerlich city hall walk ist das ja die schule dieses polizeirevier elementary da unten ist er ja und zwar werden ja da können wir jetzt auch hinter sehr ganz toll aber irgendwie können wir also wir sind ja auch gar nicht bei so einer schnellreise ding ach bin ich dumm ich glaube auch gar keine nähe doch da team die mir natürlich hin und wir reisen hierher und schwuppdiwupps immer da so und dann wollen wir hier einmal sauf park ich glaube wir sind direkt in die falle gelaufen so einmal hier feuer viel spaß friska und tot bist du haben in den menschen nicht gerechnet dann einmal hier fähigkeiten mega haben wir ja hast du das gesehen geld macht okay passt alles wunderbar und wirst du da haben wir ja immer noch was gut das bringt ja nichts ich hoffe dass da die ratten weg sind haben wir ja brauchen wir einen schlüssel vielleicht befindet sich ein schlüssel auch hier irgendwie gut vorstellen oder im briefkasten da oben in der ecke ist glaube ich nicht oder vielleicht hier wie auch nicht und mülltonne war ja sehr blöd für mir sind natürlich nur wieder im kronkarten hier ist verschlossen da können wir auch gar nicht durch da gibt es gar nichts mehr zum abschießen da bringt ja gar nichts ist mit dir und können wir mit dir noch mal befreundet sein hier scheint wohl nicht so zu sein zugeschlossen werden ja auch keine schlüssel den kennen wir ja noch den spacken so wo geht es denn jetzt nur hier zur schule das natürlich alles auf da waren wir auch drin da waren wir drin da waren wir drin da waren wir drin da 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 das war das mit der nackten frau verschlossen mittlerweile und ich glaube schießen können wir da nichts mehr wir haben wir näher rangehen jetzt macht es auch nicht besser das müssen wir aber noch ganz schnell hier zur schule da vorne ist ne das ist die station ist das hier das krankenhaus halt bleibt hier aber auch doch nicht so so was haben wir da dann gehen wir noch mal rein jetzt inspektieren wir hier das schulgelände einmal und dann mache ich hier im cut wobei eigentlich wäre jetzt ja schon zeit für einen cut da können wir glaubt rein nee ist verschlossen die mucke ist ja gar nicht übel die mucke ist ja gar nicht übel elfen ratten ist mit dir vielleicht haben die ja einen schlüssel das ist doch kaputt und brennt so bitteschön du bekommst unseren hammer zu spüren ein lieber freund viel spaß tschüssi du elf ist da äh elfischer schweinepriester was hast du denn hoffentlich einen schlüssel nee ein machtrank okay gut das war es vielen dank fürs zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten part und ja bis da eine gute zeit und bleibt auch wirklich treu bis zum nächsten 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 bis zum nächsten